Hi Freunde, herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Weihnachtsgroßvideo von mir an euch. Ich habe mir gedacht, ich nehme heute mal kurz ein Video auf, um euch einfach ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Ich glaube, es war für wirklich alle Menschen auf diesem Planeten ein sehr, sehr schwieriges, sehr, sehr eigenartiges Jahr. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen in der Natur des Menschen, dass auch dieser Überlebensinstinkt weiterzumachen, egal was kommt. Und ja, einfach auch das Beste aus der ganzen Situation zu machen. Also bei uns in dem Jahr wird es so sein, dass wir Weihnachten, normalerweise habe ich eine sehr, sehr, also ich habe eine sehr, sehr große Familie und wir feiern normalerweise auch am 24. sehr groß. Das fällt in dem Jahr leider komplett flach. Also wir sind jetzt in einer ganz, ganz kleinen Runde, eigentlich nur bei den Eltern. Und ja, der Bruder von meiner Freundin testet uns am 23. noch durch. Also das Video habe ich jetzt ein bisschen voraufgenommen, damit wir halt wenigstens in der kleinen Gruppe normal Weihnachten feiern können. Ich weiß nicht, wie es ihr in dem Jahr macht. Und ja, dann habe ich zum ersten Mal auch beruflich ein bisschen länger frei, um wirklich mal ein bisschen runterzukommen. Normalerweise habe ich immer wieder zwischendurch gearbeitet in den Feiertagen. In dem Jahr habe ich jetzt mal zwei Wochen frei. Und auf das freue ich mich so richtig. Es war ein harter, anstrengender Herbst irgendwie. Aber es war auch jetzt, wenn man aus Fußball-Welt-Sicht redet, eigentlich ein ganz cooles und erfolgreiches Jahr. Wir haben ja auch schöne Let's Plays gehabt. Auch die jetzigen Let's Plays im FM 21 haben schon ganz gut angefangen und machen jetzt schon extrem viel Spaß. Also mir geht es eigentlich so, dass ich ständig einfach nur weiter aufnehmen will und mich da immer wieder selbst ein bisschen zurückhalten muss, dass ich da nicht zu viel voraufnehme, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht. Und ja, ich finde es einfach schön, wie ihr auch mitgeht bei diesen ganzen Let's Plays. Also wie viele Kommentare da kommen, wie viele Vorschläge dann kommen. Und schön ist es natürlich auch, wenn ich die Vorschläge umsetze und sie funktionieren dann wirklich. Und ja, es macht auf jeden Fall großen Spaß mit euch nach wie vor. Deswegen möchte ich jetzt einfach dieses Video nutzen, um euch Danke zu sagen. Danke dafür, dass ihr das Kostbarste, was es eigentlich so gibt auf der Welt, nämlich Zeit, in diese Videos investiert. Es ist immer wieder schlimm für mich oder schlimm nicht. Schön natürlich, aber auch unreal zu sehen, wie viele Stunden eigentlich in meine Videos fließen, was Zuseher angeht. Und das ist eigentlich Lebenszeit, die sehr kostbar ist. Deswegen sage ich euch wirklich Danke dafür, dass ihr die Zeit nutzt, um euch von meinen Videos unterhalten lässt oder eben nebenbei, während ihr selbst zockt, Videos laufen lässt. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vor allem auch Danke an viele Leute, die ich zumindest von den Kommentaren her schon sehr, sehr lange kenne, die seit vielen Jahren schon aktiv sind auf diesem Kanal. Danke an euch und danke auch an diejenigen, die den Kanal und damit das ganze Projekt mit einer Kanalmitgliedschaft auf YouTube beziehungsweise auf Patreon unterstützen. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich möchte nicht, dass jemand, der irgendwie zahlt, mehr Content bekommt als andere. Mir ist es irgendwie ganz wichtig, dass das alles immer fair bleibt und jeder, der das einfach auch kostenlos schauen möchte, immer alle Inhalte bekommt. Aber ich weiß es einfach unfassbar zu schätzen, wenn jemand selbst sich sagt, okay, das ist mir wert, ich unterstütze das Projekt. Ziemlich coole Geschichte von euch, deswegen geht auch ein großes Danke an euch und natürlich auch ein großes Danke an alle Leute, die immer wieder so mithelfen, den Kanal erfolgreich zu machen. Also da gibt es natürlich den Matthias, bei dem ich mich auch auf diesem Wege bedanken will. Mit ihm macht es immer großen Spaß, bei den Videos dabei zu sein. Auch der Flo, mit dem wir im letzten Jahr den Podcast gemacht haben, der auch immer wieder bei den Zockabenden beziehungsweise Männerabenden dabei war, genauso wie die anderen aus dieser Runde. Macht sehr viel Spaß. Und ja, für euch zur Info, also ich habe eigentlich vor, dass ich jetzt noch in den Tagen, in den kommenden Tagen ein paar Specials bringe. Zum einen habe ich euch schon gebeten, dass ihr mir eure Fragen schickt für ein Special, ein Fragen-Special, so eine Fragestunde. Da sind einige Fragen über Instagram gekommen und ja, die werden wir beantworten und ja, sowas werden wir denke ich auch öfter machen. Und ja, wenn ich noch dazu komme, werde ich auch noch ein Outtakes-Video schneiden, weil ich habe noch einige Outtakes von mir, die ich natürlich nicht gelöscht habe und die ich euch dann vielleicht noch nachreichen werde. Also ja, wie gesagt, macht das Beste, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die Weihnachten sind, die sich jeder von uns wünschen würde. Genießt die Zeit trotzdem. Ja, zockt FM und ja, wir sehen uns dann einfach hoffentlich in einem, ja, wunderschönen neuen Jahr 2021 wieder gemeinsam am Kanal. Die Videos werden nach wie vor ganz normal online gehen, also ich bringe jeden Tag, solange es mir gesundheitlich möglich ist oder ich, ja, genug Zeit dazu habe, die FM-Videos raus, also Montag bis Samstag die Let's Plays, Sonntag die Safe Games und jeden Freitag, wenn ich es schaffe, zusätzlich den Zockerabend. Also, das war es jetzt von mir. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an alle, die, ja, schon sehr, sehr lange dabei sind. Freut mich auf jeden Fall sehr. Bleibt so, wie ihr seid, dann bin ich auf jeden Fall auch glücklich. Danke für euch, Danke für alles an euch. Vorher Weihnachten. Bis bald. Ciao. Vielen Dank.